Wir haben heute den Indian Summer vom Alpenverein Tafayach für die kleinen und die etwas größeren Kinder, sprich Erwachsenen. Wir haben eine Flying Fox Seilbahn aufgebaut und zwar in zwei Variationen. Eine ein bisschen gemächlicher und auch eine steile für die Mutigeren. Noch dazu haben wir eine Kletterwand. Da kann jeder testen, im Top-Rope, also gesichert, von Anfang an diese Kletterwand zu besteigen. Noch dazu haben wir Slackline aufgebaut, Grillen, Brot backen, für die kulinarischen Köstlichkeiten ist gesorgt. Und das Wetter spielt genauso mit, mit viel Spaß und Freude, wenn wir den Tag heute begegnen. Weißt du schon, was du da tust? Nein. Da hast du das Video auch noch. Affa zu mir! Ketchup! Super! Bravo! Extremst, extremst! Ich bin jetzt früh über meine Grenzen gegangen. Der Kleiner nur dahinter. Ich habe mich immer an mir vorbeiziehen gesehen. Uh, um, um! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!